Aldemar, HD. Toll. Hey Leute, hier ist Aldemar mit Slasher's Keep. So, wir gehen jetzt in den Second Floor und gucken mal. Saving, los geht's. Dungeon Floor 2, das sind vier. Los geht's. Bleh. So, jetzt, der muss ja explodieren irgendwann. Oh Gott, das kifft. Oh, die Rettung. Äh. Ist das keine Aliens? Ist das Öl? Ja, es ist verlangsamendes Öl. Oder Teer. Oh, nein. Was haben wir hier? Ach, überall diese bescheuerten Magier. Also, warte mal. Und schon leer, Mist. Oh, ich hab schon wieder einen Heiltrank verschwendet. Oh, Mann, die muss mehr blocken. Aber ich hab ja Live-Leach, Gott sei Dank. Oh Gott, die haben ja richtig gewachsen. Oh, oh. Hopp. Stirb. You found a component. Components can be used to craft melee weapons at the smith. Okay, so weit, so gut. Da ist wieder dieser Raum. Okay. Haben wir Level gemacht? Nee. Ich muss mal gerade Heiltrank auf eine andere Taste legen. Und erst mal weglassen. Oh, was ist das denn hier? Speed fast. Aber unser Ding hat einfach viel mehr Sachen. Oh. Jetzt muss ich Sachen wegwerfen. Diesen hässlichen Hut. Gut. Okay. Äh, okay. Kann ich das nicht irgendwie, irgendwie... Zerkleinern oder so? Nee, das geht leider nicht. Okay, jetzt gehen wir hier rein. Nee, wir gehen hier rein. Von hier. Okay. Hallo? Hallo? Das war's für heute. Oh Mann, ey. Damit hätte ich nicht gerechnet. Das war ja jetzt kompliziert. Wollte ich direkt gucken, was der kann? Mehr Schaden. Maliquid und Max HP. Und Pyromancer. Mana kost. 11, 11, 11. Hm. Oh Mann, ey. Ist das... Okay. Macht viel mehr Schaden. Macht Pyromans. Aber... Was macht denn nochmal Live Leech? Was hat der bei mir nochmal Live Leech gemacht? Irgendwas hat der doch Live Leech gemacht. Ich weiß es nicht mehr. Nichts davon. Okay. Weiter geht's. Oh Mist. Kommt noch einer. Komm mit, Fassi. Ich brauch dich. So, hier ist gut. Hier bin ich. Ja, genau. Und, gute Nacht. Hehehe. Uh. Daraus kann ich was machen, ne? So, warte mal. Wir brauchen ja... Teile für Waffen. So, ich muss die Health Potions mal auf 2 legen. Ich drück nämlich immer auf 1. Und das ist nicht so gut. Okay. Das ist eigentlich schon ziemlich geil, das Teil. Wir brauchen mehr Mana. Mehr Mana. Mehr Mana. Mehr Mana. Ach, die blöden Zauberstippe lasse ich liegen. Brauchen wir nicht. Da ist ein Knopf. Okay. Gehen wir jetzt mal hier gucken. Ah, ich brauch einen größeren. Einen größeren Beutel. Oh, ich wette, das kann man irgendwie aufmachen. Jetzt hab ich... Ne, ist gut. Ne, wir gehen erstmal zu dem Heimgang. Wir können ja in Ruhe das ganze Stockwerk reinigen. Ja? Manni. Ich weiß immer noch nicht, wo ich das ausgeben soll. Ah, ich glaub, diese Frage wird jetzt beantwortet. This hatch opens into a... ...Chut that connects all floors of the keep. All items you lose in there will be put into the chest in your cell block. Ach, wie cool. Ein paar Klamotten und so, ja. Ach, warum nicht? Ich meine... Schöne Waffe. Hier. Jetzt haben wir da ein bisschen Platz. Und jetzt gleich viel... Ah! Ich bin gleich tot! Oh Gott! Oh Gott, ich bin gleich tot! Habt ihr das gesehen? Stub! Stub! Oh Gott! Ich hab nicht auf mein Leben geachtet, weil da meine Kamera vorhängt. Gib mir deine Sachen! Was macht das hier eigentlich? Melly Lifestyle. Ach, das macht das. Ah, Lifestyle ist doch ganz gut. Sonst wären wir jetzt gestorben, nämlich. Oh nein, da gehen wir jetzt noch nicht rein. Kissstreak. Okay. Weg! Ich glaub, es langsam nicht die öffnen kann, aber... ... ... ... ... Das muss ich viel öfter machen. Viel öfter diese Pfeilen benutzen. Da ist dieser Judgment-Thron. Gehen wir mal hier hin. Uh. Saving? Ach, hier kann ich speichern. Oh mein, das konnte ich gar nicht vorher. Oh je. Das ist Schleim. Oh Mann ey, die sind übel. Da wäre ich auch fast gestorben. Oh, da ist der Händler. Scheiße, ich habe alle Waffen da runtergeworfen. Ich wusste es. Hallo, Sir. Haben wir noch Heiltränke? Ja. Wie viel Geld haben wir denn? 60. Ach, das ist mein Geld. Ja. Mindblast, Wenzlinger. Max Health. Ranged Knockback. Mindblast, Wenzlinger. Mh, 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 mh. Mh, mh, mh. Firebows. Ich mache erst nur mal mal, äh, nur Heiltränke. Äh, sonst verkaufen wir mal die Handschiffe 10, ist ja egal. Wir haben noch keinen Schmied gefunden, ne? Old Quarks, Firebows, Damage Price. 33, Mediorko, Mediorko, Komponent, Misk. Okay. Hier sind schon coole Sachen drin. Okay, das macht nichts. Schade, ich dachte, ich kann ihn töten und alles nehmen, naja. So, wir haben wieder ein paar Heiltränke. Äh, vielleicht finde ich ja in diesem einen Dungeon, oh Mann, ey. Äh. Äh, in diesem einen Raum. Ich sollte das versuchen zu benutzen. Okay. Nein, 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 nein. Wir probieren das ein andermal aus. Okay. In dem Raum waren wir schon. Jetzt bin ich verwirrt. Okay. In dem Raum waren wir schon. Ah, hier waren wir noch nicht. Äh. Komm, mein Sohn. Okay. Ach, nur ein Money. Blöde Spinnen. Unterschied von Tag und Nacht Ich geh einfach nur mal sicher Ihr bescheuert Oh Slightly Magical Hacker Oh Oh Dieser Pyromancer hat auch gar nicht crit-hit Wir probieren es mal aus Na toll, jetzt zugegangen Komm Ich sollte mal auf die Brust zielen Ah, da kommt der Nächste Oh, was passiert Haha, Knockback Schade Ich kann da nichts machen Komm her, Prinzessin Ich krieg trotzdem so viel Schaden Oh, ich krieg trotzdem viel Schaden Die blockt nicht so gut So, was brauchen wir denn eigentlich für Abilities? Wissen wir gar nicht, ne? Sollen wir lieber warten? Wir machen mal Dexterity hoch So Da geht's runter Da müssen wir weiter gehen Wir haben irgendwas ausgelöst Okay, alles klar Hä Oh Gott, ne Kanone No Okay Hier geht's hoch Und runter Und dann geht's weiter Komm her, Prinzessin Passiert hier Sonst sterbe ich da durch What's happened? Scheiße Okay Oh Gott Oh mein Gott, ist das ekelhaft Oh nein Oh Mann, sind die ekelhaft Oh nee, das sind schon meine Hassgegner Das seh ich jetzt schon Oh, ne Bombe Und ein, äh Hässliches Schwert Komm her, mein Sohn Mist Das gibt's doch nicht Ich treff die nicht Diese Scheißdinger Oh, guck mal Äpfel und so Und Mana, Gott sei Dank So, kommt her Los Ja komm Komm her Du Ah, so geht's So geht's So geht's Nein, Geld Mein schönes Geld Mein schönes Geld Wir haben die Sicherung rausgedreht Wie geil ist das denn Jetzt geht die Kanone nicht mehr Oh, beinahe in diese Stachel gelaufen Oh mein Gott Coole Sachen Wo geht's weiter Was ist der hier Nee, da waren wir schon Aha Hier ging's hier hoch Genau Ich kann auch springen Vielleicht hätten wir da hinspringen können Da sind nochmal Tränke drin Also das kann ich nicht Darauf kann ich nicht Warten Meine Güte, wer baut denn so Ha Sehr gut Ah Sehr gut Ah Cool So ein Level dauert ungefähr immer so 20 Minuten War mir jetzt überall Auf der New Map sieht das nicht so aus, oder? Moment mal Ich will das mal kurz überprüfen Ich weiß nicht, ob wir irgendwas auf diesem Thron legen dürfen Wir sollten das mal irgendwie Oh 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 Mana Potion Ist gut Ich brauche mal einen Zauberstaub Der einzeln schießt Und stärker War weniger Mana verbrochen Das werden wir aber nicht finden Was habe ich denn jetzt für welche? Aber ich finde den schon cool 30 bis 38 Und die Bombe auch vor allen Dingen Feuerbomb Oh Gott Scheiße Jetzt habe ich die geworfen Ich dachte ich muss die ausrüsten Oh Mist Knockback Last for 10 attacks Ah, okay So, also Waren wir auf der Mini-Map Da Und da hinten Wir gucken mal kurz So, hier Ach nee Da geht es einfach nur in den Raum Oder hätte es weitergehen müssen Hinter dem Nee, da geht es zum Nee, das haben wir Alles klar Okay Leute Ja Ich gehe jetzt mal zur Leiter Und dann sehen wir uns da wieder In der nächsten Folge von Slasher's Keep Ja Schaltet bitte rein Wenn es heißt So, wer hat denn schon jetzt Deine Wette verloren Dass ich die Etappe nicht schaffe Ja Eure neuen Wetten bitte in die Kommentare Wann der alte mal stirbt Aber wir werden es sehen Also, bis zur nächsten Folge Slasher's Keep Dann, äh, bis dahin Haut rein Mal Untertitelung des ZDF, 2020